Hallo zusammen, Bethlehem, so heißt das neue Chor-Musical von Michael Kunze und Dieter Falk. Wie schon bei den beiden Vorgängerprojekten Zehn Gebote und auch Luther, steht ein Riesenchor im Mittelpunkt. Und dieser Chor hat die musikalische Hauptrolle. Bethlehem, weil es eben nicht ein Krippenspiel ist, sondern es ist eine Auseinandersetzung mit der Weihnachtsgeschichte, wie wir sie heute verstehen, mit den Emotionen, die uns mit Weihnachten verbinden. Die Musik habe ich zusammen mit meinem Sohn Paul Falk geschrieben. Und natürlich wird es flotte Gospels geben, es wird Rock- und Popballaden geben, genauso wie große symphonische Klänge. Und natürlich haben wir auch bekannte Weihnachtslieder, auch aus der Klassik, mit eingearbeitet, allerdings im Neuen gewandt. Es soll ein großes Chorevent sein für alle Generationen und vor allem, es soll auch konfessionsübergreifend sein. Wir machen nicht ein religiöses Chorevent hier, sondern wir machen ein Event für alle, für Familien und vor allem für Leute, die Spaß am Singen haben. Bei den beiden letzten Stücken, Zehn Gebote und Luther, haben ja fast 50.000 Leute mitgesungen, was uns total gefreut hat. Und deswegen, jetzt die Einladung, kommt, singt mit, die, die schon mal dabei waren oder auch viele neue. Meldet euch an bei betlehem-chormusical.de. Dort gibt es alle Infos und dann würde ich sagen, lasst uns zusammen singen, lasst uns viel Freude haben und wir sehen uns im Chor zusammen. Ciao. Biedere Hör, Biedere Hör, Biedere Hör, Biedere Hör. Der Wunder der Vergangenheit ist tief. Biedere Hör, Biedere Hör, hier in Biedere Hör. Biedere Hör, Biedere Hör. Vielen Dank.